Schwab München hat einiges zu bieten. Die Hexentürme, der Stickerbrunnen und die Museen. Da ist es nur gerecht, dass den Schwabmünchnern auch einiges geboten wird. Zum Beispiel ein echt fairer Stromtarif. Unser Angebot für Ihren Haushaltsstrom ist grüner Strom mit einem klassischen Stromtarif. Dafür ist Erdger Schwaben Ihr Partner als regionaler Stromanbieter. Sicher, günstig und nah. Und wir setzen dabei auf Naturstrom. Sie bekommen den vollen Service und den fairen Strompreis. Wechseln Sie zu MeinGünstigStrom und Sie werden es merken. Auf Dauer spart nur Schwaben Power. Einfach hier klicken.